Hallo Leute! Moin Moin! Und damit Willkommen zum ersten Video in der neuen Wohnung ohne Internet! Stark oder? Also, Hallo Leute was geht ab? Und zwar links neben mir sitzt der OctoV Ich schau nicht auf deinen Bildschirm! Kann ich jetzt kommen? Also folgende Sache Wir haben noch kein Internet in der Wohnung Das heißt wir werden, wenn dieses Video online kommt, entweder hoffentlich Internet haben Oder uns irgendwie Internet erschnort haben in der Uni oder bei Särgen Und deswegen dachten wir uns, wir machen ein neises Hackmons Battle Beziehungsweise Almost Any Ability Heißt, wir haben Pokémon mit Fähigkeiten, die sie normalerweise nicht haben können Also gehackt, diese ekligen Cheater, ne Paul? Ich hab das nicht gemacht! Ich war das nicht! Haha, du hast doch auch ekliger! Ne, ne, ich hab nix gemacht! So, und äh, Alter ich seh den ganzen Tag alle Rounds, weil da voll die wilden Pokémon Ja, du aber auch hier! Uiuiui! Also du hast, äh... Du hast gesagt, du hast die in die Kacke gehauen! Ja, so übertrieben ist es auch nicht! Auf jeden Fall, ja, ähm, wird wild Und wie gesagt, man hat einfach jetzt ein Pokémon, was die Fähigkeit normalerweise nicht hat Und das macht sie besser Kann natürlich auch schlechter sein Aber in meinem Fall hoffentlich besser Und in deinem Fall hoffentlich schlechter, ne? Und das wird ein lustiges Battle Okay Dann würde ich sagen Das ist übrigens mein viertes WiFi-Battle-Entschwerden-Schild Bitte entschuldigt mich Haa, direkt hier die Ausreden! So einer ist er! Das ist keine Ausrede! Das ist... Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle! Ich muss erst mal gucken, was du denn hier so veranstaltest By the way Ich hab nur noch zwei Sekunden Ja! Sieben Sekunden Ja, sorry Will ich schnell aus? Und dann guck ins... Ja, ich bin dabei Reden ins Mikro vorunter da Sekunde! Ich hab nur noch... Sind jetzt alle Pokémon ausgewählt, wenn ich nicht alle ausgewählt hab? Nein, dann wird automatisch das erste ausgewählt Ja, das ist nicht schlimm Ja, okay Oder? Nee, warte, ich hab einen Pokémon ausgewählt Ja, ist okay Aber... Ich weiß nicht Es wird jetzt automatisch Meister nach vorne geschickt Egal Sag ich, egal Okay Du hast so lange geredet Und ich hab gewartet Das war mein Fehler Ja, das hättet ihr einfach machen können Ich hab weiß... Sascha-Ruber-Stack-Ala Wollt ihr das wissen? Meins... Egal, egal Present muss ich halt nur... Present kann ich gewinnen Außer mit solchen lahmen Tricks Ich kann nicht so schnell tippen wie du halt Du bist so... Ich sag's wie es ist Ja, stark auf jeden Fall Auf jeden Fall, ja, ihr müsst wissen Wir schauen beide... Sascha-Ruber-Huber hier Schaut, was gehen raus Gute Workouts kann ich nur empfehlen Und wir können sie aber aktuell nicht schauen Weil kein Internet... Es ist so traurig, Leute Ich hoffe wir haben bald Internet Weil dann gibt's auch wieder Streams Dann gibt's krasse Videos Wenn ihr sowas öfter sehen wollt Schreibt's gerne in die Kommentare Generell öfter Videos mit Paul geben Und Paul Wähl einfach aus Ja mach ich doch Du setzt mich hier voll unter Druck Nee, okay, ich werd dich nicht unter Druck setzen Das ist dein viertes Wi-Fi-Battle Das ist nicht... Voll unter Druck Mittwoch Weißt du warum das Mittwoch ist? Warum heißt das Mittwoch? Weil heute Mittwoch ist Du hast die Fähigkeit nicht gesehen Was war das für eine Fähigkeit? Bedroher Yo, das ist echt wild Das passt sogar zu Boy Rock Das macht ja tatsächlich voll viel Schaden Das passt echt gut zu Boy Rock Ein Choice Band oder was? Was ist ein Choice Band? Ich dachte, du spielst kein Pokémon Was ist das Pokémon? Ja, ich seh doch was viel Schaden ist, Alter Du hast mir super viel Schaden gemacht, obwohl ich intimidate hab Finde ich jetzt nicht so nett, dass du sowas weißt Tatsächlich Das ist ja echt schwer, meine Güte Ich hoffe ich bin laut genug Ich hoffe jetzt auch Du hast ein sehr doofes Mikrofon Nein, mein Mikrofon ist gut Nur redest du nicht ins Mikrofon Ja, ich muss halt auch irgendwo hingucken Ja, guck ins Mikrofon Heißorb Ganz wild Ganz wild Was könnte das denn jetzt sein? Weiß ich nicht Ich weiß es nicht Schreibst du in die Kommentare Schreibst du in die Kommentare By the way, ich hab mein Team wahrscheinlich in der Videobeschreibung verlinkt Wobei hab ich wahrscheinlich nicht, weil ich kein Internet habe Ähm Also beziehungsweise ich hab dies Egal Ich werd's wahrscheinlich nicht haben Ihr seht die Fähigkeiten Ich will nichts versprechen, deswegen Gut Ja, gut Paul, was machst du jetzt? Tarnsteine Ja Einfach gegen Legios Tarnsteine Setupen Das wird dein erster Fehler gewesen sein, mein Lieber Weil, ich hab doch keine Ahnung Finalformation, Mann Ja, das ist schon knapp, ey Jetzt bin ich auf Plus 1 in allem Und hab Adrenalin heiß auf Legios Ja, wenn du jetzt hier durchsweepen willst, dann ist das nicht mein Problem Dann ist das dein Problem, weil du ein ziemlich schlechtes Video hast Ne, ist trotzdem ein lustiges Video, sag ich Weil, man sieht Legios Sweep und Legios ist das beste Pokémon, wie wir alle wissen Na, Harkani Voluminas natürlich Jo, was wechselst du jetzt rein? Jo Turbofelsen, also Nix wechsle ich ein Mächtiger Damage Hätt ich nochmal Finalformation einsetzen sollen Ja, hättest du machen sollen Wobei, kann man es, kann es nicht Nein, kann man dich, du Idiot Ja HAH, der kann keinen Pokémon spielen, so schlecht ist der Das wusste ich sogar, Alter E3 Ne, 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 ne Ok, das war jetzt echt wie immer ein bisschen frech Hast du einen Check dagegen? Ich habe zwei Ja? Hast du mal auf mein Team geguckt? Nein Ich mach aber den... Ich weiß nicht, was in deinem Team ist. Soll ich's dir sagen? Ich weiß, was ich wählen möchte. Ja, dann wähl's doch einfach. Aber... Ich kann dir sagen, Sarah Aura hat schneller als Legios. Ich kann dir... Dann hab ich sogar drei, Alter. Ich hab drei Möglichkeiten. Wie viel Zeit hab ich noch? Seh ich das irgendwo? Nein, aber 20 Minuten ist das Ganze, ne? Das heißt... Einfach auswählen. Einfach auswählen, Paul. Einfach Celebi. Ich hätte auch einfach in Ditto gehen können, du wusstest. Stimmt das? Aber du hast doch keinen Doppelgänger, Ditto. Du hast niemals Doppelgänger. Ein Psycho-Erzeuger? Yo. Der hat ja richtig bei euch gesgavt. Udi, ich muss los. Jo. Also, wenn der jetzt gesgavt ist, mit dem Psycho-Erzeuger... Alter, der ist wild. Okay, Flächenmacht. Yo. Du bist ja ein richtiger Kompeten... Ich glaub, da kann kein Flächenmacht tatsächlich, oder? Doch, kann der. Also, ich glaube, ich hab's bei Showdown eingegeben. Ja, okay. Competitive Profi auf jeden Fall. Ich wollt grad sagen, schau nach, aber da ist mir eingefallen, dass wir kein Internet haben. Der ist tatsächlich echt ein bisschen gefährlich, wenn ich so drauf schaue. Was der so kann. Tja, Present. Tja. Was mach ich jetzt gegen den, Paul? Ich weiß nicht, willst du einen Duraludu... Nee, meinen Grievous. Okay. Der ist nämlich auch ein Wähler. Schwierig. Wieso ist der schwierig? Wiss ich nicht. Sagst du, haust du mich auf den Rückzug runter? Hm, mach ich doch die Fähigkeit Rückzugsafe auf... Nee. In einem Almost-Any-Ability-Match. Was der so kann. Ja, was kann der so, Paul? Ich weiß es doch nicht, deswegen frag ich nach. Ja, das kann ich dir nicht sagen, logischerweise. Wir spielen gegeneinander nicht miteinander. Einfach machen, Paul. Jetzt kommt ein ganz wilder Name, bitte. Das ist ganz, ganz wild. Also nach Pinky kommt. Blue ist das. Starker Name auf jeden Fall. Starker Name auf jeden Fall. So, was für eine Fähigkeit hat der? Jetzt bin ich gespannt. Als ob du einfach, ob ich Inkadito hast. Natürlich, dein Name in guten Sinn. Nein, nein. Blutsauger. Ziemlich dumm. Ja, aber der ist echt... Ey, was hast du ihm gegeben? Diese Heilbläse. Ja, Heilbläse als Fähigkeit. Das waren... Ich sag, an und für sich die Idee war schlau. Ja. Die Umsetzung. Vielleicht weniger. Ich hatte noch davor einen Prank der Pokémon im Team. Das war das, was ich meinte. Warum zwei Strategien von mir so ein bisschen... Ah. Boah, das wäre so wild gewesen. Wieso bin ich so lost? Ja. Aber ist ja egal, weil du rausgewechselt bist. Weil wenn du drin geblieben wärst, dann wäre Rib gewesen für mich. Ja, ja. Weil ich dachte, irgendwie... Present wird schlau sein. Naja. Hör auf, sowas zu sagen. Oha. Man kann sich ja täuschen. Ja, jetzt. Ich hab prediktet, dass du in deinen Flug Pokémon wechselst, weil dann... Das wird ein starker Runde, glaub ich. Okay. Du gehst auf Aqua-Durchstoß, ja. Ich gönne mir die... Alter, den Death Drop gönnst du dir. Den gönne ich mir. Aber richtig. Dann gönne ich mir die Stachler. Na gut. Na gut. Dann mach das doch. Ja, hab ich gemacht. Okay. Was jetzt? Ich gönne mir noch einen Death Drop. Noch einen? Noch einen. Ich finde noch ein bisschen unfair tatsächlich. Doch. Alter, ich bin gar nicht in so einer... Alter, dieses Ditto, du bist so frech, ne? Warum denn? Du bist so unfrech, Alter. Du musst ihn schnell machen. Ja, Zeit ist Geld, sag ich. Ja, dann drück mal schneller. Ich drück doch hier. Naja. Zeig, 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 zeig. Ich hab jetzt schon meinen nächsten Move ausgewählt. Ah, okay. Was ist der nächste Move? Komm, Death Drop, sag ich. Schade eigentlich. Was kommt jetzt? Überreste. Überreste. Ich muss hier ein schnelles Match sein. Das muss kein schnelles Match sein. Ich bin jetzt über... Oha, wieso bist du jetzt so frech zu mir? Ich bin überhaupt nicht frech. Ja, ja, ja. Richtig frech, Dax. Erstmal hier direkt die Wohnung kündigen. Was machst du denn mit dem? Das ist jetzt interessant. Das könnte ein cooles Set werden. Das könnte ein cooles Set werden, ja. Aber ich kann nicht so einschätzen. Was könnte der haben? Ich weiß nicht, was der haben kann. Warum stellst du mir immer diese Fragen? Wie so... In so einem Test, so. Ja, ist so. Wieso stellst du mir diese Fragen? Ja, das ist ein bisschen... Herr Lehrer! Wieso stellst du mir diese Fragen? Ich weiß doch nicht, was der kann. Sag so, hm, was könnte der haben? Ich weiß es doch nicht. Wieso gehst du in Pinky? Das find ich nicht so nett. Pinky. Pinky Goody. Gedankennot. Das war eigentlich so schlau. Meinst du? Du misst deinen Blättersturm. Okay. Ja? Ja. Machen wir das so? Okay. Okay. Weil dann ist alles okay. Oh. Ich sag jetzt, ich bin aufgrund einer Spezialverteidigung. Mein Psycho-Fail ist verschwunden. Ha. Das ist ziemlich... Hast du... Hast du ausgerechnet? Natürlich. Ich wusste ganz genau, was jetzt passiert. Hört man vielleicht die Ironie raus. Nee. Nee, okay. Das find ich gut. Das ist echt ärgerlich. Und was ist ärgerlich? Dass das jetzt vorbei ist. Hä, wieso? Ja... Dinge passieren... Es hat einen Anfang und ein Ende. Das Leben ist halt so, ne? Irgendwann beginnt etwas und irgendwann endet etwas. Das heißt, Paul, drück einfach. Mach das. Was du für richtig jetzt kehrt wende. Geh ich halt wieder. Blödmann. Blödmann. So einer bist du... Du kannst doch nicht einfach Blödmann zu mir sagen. Okay, ist tut mir leid. Die Frage ist, bist du gescarved mit deinem Grievous auch noch, nachdem du Celebi gescarved hast? Mein Grievous... Äh, ja, mit deinem Ditto. Äh, mit deinem Celebi. Ich weiß es nicht. Hast du Double Scarved? Aber ich... Ich weiß nicht, was mein Pokémon hat. Was hat es wohl? Na, da wechselt auch direkt rein, der Frechdachs. Ja, ich weiß doch, was du hier machst. Was mach ich denn? Eistrahl? Hast bestimmt Eistrahl. Oder Mondgewalt oder sowas. Ich drück die Mondgewalt. Die Mondgewalt. Die gönne ich mir. Macht gar nichts, sag ich dir. Sagst du? Weiß ich nicht. Wer macht den? Jo, warum macht das so viel? Dann fang ich auf Plus 1 Spezialverteile? Ja, aber dann habe ich nicht auch jetzt. Plus 1. Alles. Ja. Hast du? Aber... Es ist eigentlich egal. Aber es ist halt Primarene, meine ich. Der Böllert rein. Meine Aussage war gerade ein bisschen lost. Na, egal. So, du bist jetzt nicht gescarved und ich gewinne den Speed-Tie. Pao, sei ehrlich, bist du gescarved? Sei ehrlich. Findest du doch heraus. Ja, so finde ich's nicht heraus, tatsächlich. Doch, hast du auch rausgefunden. Ne. Doch. Du könntest den Speed-Tie gewonnen haben. Ne. Du findest drauf heraus. Ja, ich hab's gerade herausgefunden. Wer spielt denn Ditto ohne Scarf? Wer spielt das denn ohne Scarf? Ja, aber wieso spielst du Double Scarf hier? Wieso nicht? Okay. Du willst flink unterwegs sein. Ach du willst flink unterwegs sein. Du hast gesagt, du sollst ein schnelles, knackiges Match sein. Ich hab überall Scarf drauf gefuckt, wenn du willst. Sechs Scarfer, aha, okay. Zeraora mit Scarf lohnt sich auf jeden Fall, ne? Zweit schnellstes Mod im Game oder so? Ja gut, dritt schnellstes Mod. Ja. Ja. Aber lohnt sich. Zeraora also. Kein Problem. So ein mächtiger Alter. Leute, wir müssen wissen, wir haben in letzter Zeit relativ viel Apache gehört. Und man kennt ihn. Der gute Alte. Ah, da bist du direkt in meine Falle getabt! Ah, du bist so boring. Blitzfänger! Das ist schon ziemlich. Das ist überhaupt nicht boring sein. Das ist boring. Wenn ihr denkt, das boring ist, dann schreibt... Nein, das ist nicht boring. Mein mürdiger Present. Nein, hör auf! Du kannst mein Schwebe Zeraora gar nicht. Ja, und das ist nicht boring, weißt du? Okay. Du hast jetzt eine Bohnenimmunität. Schwere Zeraora ist cool, oder Jungs? Aber... Blitzfänger Prüverin ist uncool, oder wie? Ja. Okay? Ja. Erklär mir wieso. Was ist der Unterschied? Weil das in dieser Situation ziemlich unentzüchtig war. Ah, ja gut. Das ergibt natürlich Sinn, tatsächlich. Ja. Ja, aber jetzt kommt natürlich ein anderer Skava rein. Wie ist der Skava? Weil willst du es wissen, dass das... Weil der Legios als Spiel gehört auf Plus 1 Initiative. Vielleicht ist Legios einfach ein bisschen langsam. Ne, nicht so langsam. Der hat 75 Base Speed, tatsächlich. Bi-bi-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Wieso ist das grad so lustig? Du bist so doof. Leute, es geht uns gut. Wobei, wir sind auf Internet im Zug. Haben wir schon gesagt, dass wir kein Internet haben. Bi-bi-bu-bu-bu-bu. Flächen macht also... Mächtig. Mächtiger Angriff. Mächtig, wirklich mächtig. Ja. Mann, das hätte ich direkt mal an sollen. Aber ich dachte, ich mach so auf Kur. Aber Prison musste so sagen, ne, ich mach nicht so auf Kur. Oha! Wieso werde ich jetzt halt von dir so fertig gemacht? Äh... Der Turrn. Der Turrn. Der Turrn. Der Turrn. Okay. So. Okay. Kann ich eigentlich deine Max'n, wenn ich Lust hab? Nein, du darfst nicht deine Max'n. Mein Ditto ist schon besiegt. Wann wurde mein Ditto besiegt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, jetzt bekommst du's mit, Paul. Und ich werde dich jetzt unboxen. Ja, dein Celebi ist auf jeden Fall... Also, Psychozeuger Celebi. Generell, Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Pokémon... Welchen Pokémon hast du eigentlich noch? Warum hast du denn noch so viele? Ich bin gestärkt. Warum? Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welches Pokémon eurer Meinung nach eine andere Fähigkeit haben sollte. Und... Wenn ja, oder... Wenn ihr sagt halt, ne, dieses Pokémon sollte eine andere Fähigkeit haben. Welche denn? Weil... Das würde mich auch interessieren. Ich finde, es gibt viele Pokémon, die eine Fähigkeit haben könnten, die dazu passt. Und die echt cool wäre. Und manche wären dann auch einfach... Bro. Ja. So wunderbare... Zum Beispiel Blitzfänger, Primarena, gibt halt einfach keinen Sinn. Oder Schwebeserora. Gibt auch keinen Sinn. Der springt halt hoch und dann schwebt der. Sascha, Ruhe, Alter. Warum denn Finsteraora? Ist das hier etwa irgendwo Trugbild, oder was? Nee, aber du bist doch ein Psycho-Pokémon. Ach ja. Dann wäre ich nicht mit einer Unlichtersagen. Du musst nicht, dass der Finsteraora kann. Der sieht nicht so finster aus. Meine Überreste, also. Okay. Aber was für ne Fähigkeit hast du, frage ich mich gerade. Ja. Hast du Heilwandel? Das frage ich mich auch, was ich für ne Fähigkeit hab. Fähigkeit. Fähigkeit. Die starke Fähigkeit. Alter, du hast safe Heilwandel, oder? Ja, doch, doch, doch. So, Heilwandel... Meister ist auch gut. Generell, Mosquito war auch damals richtig krass. Ähm... Noch zu Gen-7-Zeiten in Ormuss-Anni-Ability. Weil der hat Blutsauger und Upli-T. Und bekommt halt Priorität durch die Fähigkeit. Der Turm. Der Turm wechselt raus. Der fühlt sich nicht so sicher. Wer war das? Fiaro? Fiaro. Umbringen. Aber jetzt kommen erstmal die niceen Tarnsteine. Abschlag! Ähm... Das ist nicht tot? Jawoll! Na? Schade. Wer ist hier der Pokémon King? Das war achtlos Fiaro, ne? Leider hat der keinen einzigen Angriff eingesetzt. Oh. Das ist ärgerlich. Aber doch, der hat New-Turn mit Highwand eigentlich. Natürlich. Aber der hat halt leider seinen Sturzflug nicht eingesetzt. Das war ein bisschen sad. Mhm. Weil ich sag, der wär wild gewesen. Dinn, 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 dinn. Dinn, 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 dinn. Und jetzt könnte ich das eben... Ach man, Paul. Was macht denn der gegen ihn? Ja, du machst halt nichts gegen mich, ne? Außer durch Steinkante. Weiß nicht. Aber die triffst du halt nicht, Paul. Weiß nicht. Das sind halt 20%, die würdest du nicht treffen. Also 20% hast du dann daneben. Aber du machst mir wahrscheinlich viel Schaden, oder? Also der Junge hat 140 Attack oder so, glaube ich. Ja. Warum bin ich ein Schneller? Bist du nicht Schneller gewesen? Doch, ich bin Schneller gewesen. Echt? Ja, du bist doch Schneller. Das ist ja so ein langsamer Käfer. Ja, du hast anscheinend Speed am besten. Ne, du hast 45 Base Speed, ich hab 40 und ich hab so 20 EVs in der Initiative. Aber Abschlag hat echt viel Schadung, Mann. Was bist du für ein Item? Dinn, 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 dinn. Äh, was bist du für eine Fähigkeit? Ja. Was für eine Fähigkeit hast du? Was? Womit kannst du Abschlag boosten? Weil das war echt viel Damage. Also das war... Und du hast kein Damage boostendes Item? Das heißt, hohe Gewalt funktioniert nicht. Der hat hohe Gewalt. In dir. Hast du eine Kraft Colors darf man nicht spielen? Willst du es mir sagen? Nanananananana. Protzer? Kannst du viele Dinge tun. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, der Protzer. Ich weiß es auch nicht. Aber ich wollte einfach mal... Aber willst du mir mal sagen, was für ein Item... Vielleicht sag ich es dir ja gleich auch. Ich sag das für ein Item, was für eine Fähigkeit du hast. Oh. Na, knapp. Die Sache ist, auf plus 1 Angriff... Oh, der könnte gefährlich werden, ne? Ich weiß aber nicht, ob du mich killst, Paul. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Aber... Ja, ne. Ableit hiebt das. Wobei, du heilst ganz gut hoch. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Sagst du? Paul. Wer in den Runden bin? Du musst nicht A drücken, sondern kannst gerne in den Kurschauen. Doch, ich muss jetzt gucken, ob ich überlebe oder nicht. Uff. Okay. Stark, Sascha! Stark! Stark, Sascha! Stark! Stark, Sascha! Erinnerst du dich an meine Fähigkeit? Ja. Ja? Dann hab ich jetzt vielleicht ein kleines Problem, aber Sascha... Der ist halt mein Man. Sascha ist dein Man, ne? Weißt du, President, was meine Fähigkeit ist? Ja, heil! Wandel dich aus und dich! Dank, oder? Ja. Deswegen, ich dachte... Oh nein, der zerstört mich jetzt. Du kannst so viele Dinge tun. Ich hab verloren. Ernsthaft? Ich hab verloren. Hab ich gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Mir sind ja nicht mehr alle meine Pokémon rausgekommen. Ich... Ich hab... Deswegen wollte ich dir ja noch nicht sagen, warum fragst du die ganze Zeit. Mann! Dann würde ich dir sagen, was ich habe. Sascha... Sascha... Kannst schön Sascha Huber ins... Mann! Die Sache ist halt die... Hätte ich Fiaro behalten, wäre das natürlich der bessere Play gewesen. Was? Hätte ich Fiaro behalten. Ja, hast du aber nicht. Aber... Hab ich nicht. Richtig. Das ist so wenig. Epic Sascha Huber Sweep, sag ich da nur. Das ist belastend. Die Sache ist, ich könnte einen Update-Tip vielleicht unter Umständen überleben, weil Duraludon Balki... Ist ja ne. Weg mit dir. In die Mülltonne. Also das war by the way Belebekraft Duraludon. Was wolltest du denn mit dem machen? Das war so mein Pivot mit Offensivfest und so. Verrückt. Aber das war kein Hutabpivot. Das ist mein Sascha Huber mit dem Heil-Ding. Du wolltest eigentlich noch weg machen, weil ich mir unsicher war mit dem Psycho-Ding. Ich hatte halt das und noch was anderes mit Pranks da und dann mit dem Psycho-Feld. Ja, ja. Eigentlich nicht so schwaub, aber dann war ich zu faul, das zu ändern. Also hab ich's so gelassen und gedacht, ach wenn der Psycho-Feldag ist. Schwierig. 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 Okay, was war das für ein Butter? Skoo-Skoo? By the way, das ist... Ah, das hatte Niesel. Ah, okay. Ah, das ist cool. Ich hab Anpassung Edesat. Junge, einfach. Einfach zerstört hier. Ja. Ja, dieses Meister-Riff-Set war einfach broken gegen mich. Ich hatte so ne krasse Fighting Week. Ja, das stimmt. Ich hätte halt vier Jahre nicht abweich besonnen. Aber es war auch nicht mega unfair. Ja, ne. Alles gut, alles gut. Aber ich mein nur, ich mein nur. Das kann immer eskalieren bei solchen Kämpfer. Ne, ne. Es war halt mein Missplay, dass ich Duraludon rausgewechselt habe. Ich hätte einfach drinbleiben sollen, Draco drücken sollen. Und dann hätte ich mit Fjaro nicht in Fight for Revenge gehen können. Davon mach ich mir einen Screenshot. Ah, ja. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei Paul vorbeilegen in der Beschreibung. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Mit dem guten Paul. Tschüss. Hatte richtig starke Movesets. Und mein Team hieß bei Showdown eben mal Präsent zerstören. Hatte ich wohl recht. Tschüss.